so bei 13er lights da musst du ultra safe spielen keine art ist schon mal gut aber 10er lights mach nicht in sind auf geil wo du sitzt geist mehr wenn ich hier gleich klicken könnte auf der verkehr gar niemand aber was da ist lang fährt es steht so viel helfen ich fahre nur bei so vielen leuten hier aber nicht bekanntschaft zu machen bis zum nächsten mal ein sport ja ich hier ist ein sport verarmte war alle kompletter kontrolle und seht ihr das also wirklich kompletter kontrolle zwei schüsse 3000 damage das ist wert das berg hat halt nur das berg things wenn man es genau nimmt dann sind das beides logos als der erste nicht einfach okay schon aber kann noch mehr machen mit zwei schüssen der geräte aufpassen sie keine scheiße bau ich aufgebe nicht dauernd ohne wenn und aber verkauf verkaufsicht schicht Leute what the f- rauskomm ich seitlich ran ne seht ihr das? oh mein oh oh wo ist er? oh mein Spot, 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 komm, komm. Oh mein, oh. Ging ein Pixel zu hoch. Oh mein Gott, die Sideshuts hier rein. Oh, Jesus, Jesus. Die Maus noch mal lang fährt, oder IS-7. Ist der German Base hier, Alter. Blind reinhalten? IS-4 spotet die doch eigentlich, oder? Na, probieren wir hier einen Schuss abzugeben. Oh, jetzt vorwärts, komm. Nee? Doch. Oh, 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 oh. Ah, ging wieder zu niedrig. War genau richtig gezielt, ging einfach zu niedrig. Ah, hier so viele Ziele, Alter, what the fuck, doh. Oh Mann, das ist der Nächste hier. Schön oben rein, wenn der hier trifft, ist ein Penn. Treffen ist der Knackpunkt hier. Da kommt das Hash an seine Grenzen. Vor allem, hätten die drei Schüsse penetriert, 10.000 Damage wären das. Das wäre mit jedem Schuss 1.000 Damage mehr, ne? Heftig, ne? Oh Gott, bleibt alle so stehen, kommt. Ich will keine AP schießen. Da muss ich wahrscheinlich doch aufs AP wechseln, oder? Ey, kann ich nochmal einen Spot hier hinten bekommen? Vor allem, es steht 5 zu 5. Ich habe 7.000 Damage auf der Uhr. Unnormal, wa? Ich habe ein Schwein gehabt, dass er mich nicht aufgemacht hat. Das hatte ich jetzt gerechnet, denke ich. Spot kassiert sogar. Ey, kann ich einen Spot kriegen hier? Ja, echt, sozial. Das wären wahrscheinlich keine 10k mehr, ne? Schade. Oh. Bam, 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 bam. In die Fresse. Meine Güte, du schlägt das Teil um sich. Das ist nicht feierlich, da. Jetzt stellt euch vor, ich hätte den Jagd eh noch gepennt, ja? Was ist das für eine Runde gewesen wäre, jetzt schon? Ich muss einfach jetzt schön langsam und sauber runterspielen. Ihr wollt nicht, oder weh? Die Grille sieht so lecker aus. Oho, ho, 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 ho. Du siehst du. 9,4. Wir ernähren uns den 10k. Langsam, aber sicher ernähren wir uns den 10k. Bisschen Schiss hier aufzugehen, ne? Weil der LV da hinten noch steht. Gerade echt viel Schiss hier. Ehrlich zu sagen. Die 10k voll. Ich bleib mal auf dem Hash, ne? Das ist Madness, Leute. Madness, dieser Panzer. Absolute Madness, einfach nur. Oh, 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 oh. Das ist kein böse Enten. Boop. Oh, voll fasziniert. Autsch. Beide gesnapshottet, beide getroffen. Sehe ich richtig, sind das 10,9? Ja, sehe ich richtig, ne? Läuft. Das Problem ist der Reinmetall. Der hat Blickkontakt zu mir. Weißt du was? Ich halte es auf den IS-7 drauf. Das ist das einzige Schaden, den ich noch holen kann hier, glaube ich. Und besser ist nix. Wahrscheinlich schon zu spät. Oh, 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 oh. Oh. Schade, Mann. Leute, jetzt haut doch die Runde bitte nicht weg. Ey, kommt. Baut keinen Scheiß hier, ey. Oh, jetzt hätte ich ihn klicken können. Reinmetall ist es wirklich hier der Angstgegner. Nummer eins. Nice. Ey, sehr wichtig, erkenntnis übergemacht. Und gleich geht er da und dafür. Ein Trait. Ich bleibe einfach mal hier stehen, ne? So schnell gehen 11k damage, ja, mit dem Panzer. Das ist einfach abnormal. Das war sicher, prima. Ach, Leute, kommt. Muss nicht sein, oder? Wie hart unser Team das einfach nur wegwirft, diese Runde. Das ist krass, oder? Richtig krass, oder? Wahnsinn. Ah, zu viel E7, ne? Zwei E7 da angeschossen. Das sind halt die Endgegner mit ihrer Space Armor. Dagegen macht sie gar nix. Ah, so dumm aus der Wäsche gucken. Ja, ich denke hier ein, zwei Schutze noch drin war. Wenn ich jetzt hier nicht übelstes Pech habe. Ah, die waren ja ein Stück weg, die Gegners. Jetzt sagen wir neben mir hinten in den Busch. Und versuchen das von da aus zu spielen. Das ist ja gut aus, oder? Oh, passt. Problem ist, wir entziehen da durch, Yolot. Hm, er sieht mich sofort. Ein paar Mal nochmal umlegen, das ist extra Schutz. Vielleicht bringt's ja was. Ey. Na geil. Klasse. Naja, 11k Damage und nicht genug, ne? Ist halt ein Wert, ne? Ist was von allem outspottet. Egal was. Das ist halt ein Tarnwert schlechter als alles andere. Oh, das tut weh, ne, Leute? Das tut weh. Null Damage hast du gemacht mit der M430 Uhr. Erlebte fast bis zum Schluss. Ja, da, erlebte bis zum Schluss. War der letzte, der down ging. Außer, Leute, hier reingejolot, ne? Die hier, also ziemlich alle, ne? Boah, jetzt stellt euch vor, stellt euch vor, wir hätten den Jagdpanzerschuss getroffen, dahin, wo er gezielt war. Das wären nochmal 1000 extra Damage gewesen. Stellt euch vor, wir hätten einmal den IS-7 gepennt. Das wären nochmal ein paar restliche HP bei ihm gewesen. Also, sagen wir mal, nochmal 400 drauf gewesen. Ob er noch ein Shot, der nicht gepennt hat, der nicht gesessen hat? Ah, weiß ich gerade nicht. Aber, ja, ne? Boah, ja, gecarried hat er der IS-7. Hat er gut gemacht, Mann. Das stand bei einer richtig guten Pursi. Ah, das wären 13k Damage. Oder sagen wir 12,5k. Dimm die vierze. Nehemen ja nicht eben...